lilly schrie eine stimme von unten zumindest kannst du dich entspannen grummelte ich sarkastisch küßte kalipse auf die weichen federn nahm meinen zauberstab und trottete die treppe hinunter o lilly da bist du ja seufzte mom und ihre schultern sackten sichtbar erleichtert nach unten wir müssen los die anprobe beginnt bald ich nickte während ich zum kühlschrank ging und mir ein becher schokoladenpudding herausnahm du hast doch für heute abend toffees gemacht oder ein paar aber die sind für die gäste ich will nicht daß du alles auf isst bevor die gäste überhaupt da sind ich zog den deckel von meinem schokopudding nahm meinen löffel aus der besteckschublade und beförderte damit eine portion pudding in meinen mund als petunia zusammen mit großmutter rose die küche betrat ich rief mir mein versprechen das ich mir selbst gegeben hatte in erinnerung und lächelte meine schwester mit schokoladen verschmierten zähnen an guten morgen tuni sagte ich fröhlich sie brachte ein kleines lächeln zustande hey lilly grüßte sie zurück und zeigte ebenfalls bemühungen einen neuanfang zu machen mom musste in ihr wohl auch schuldgefühle geweckt haben ich kann es kaum erwarten dein kleid zu sehen teilte ich ihr mit mom hat gemeint ihr hättet in etwa zehn geschäften fast alle kleider anprobiert bis du dich für ein kleid entschieden hast ihr lächeln wurde größer naja du weißt ja ich bin ziemlich wählerisch ich prustete was du nicht sagst mom strahlte uns an und hielt ihren geldbeutel hoch seid ihr bereit zu gehen mädels fragte sie wir nickten kommst du mom fragte sie großmutter rose die alte dame schnaubte woraus schnell ein husten wurde tja das war der preis den eine 78 jahre alte frau bezahlen musste wenn sie herablassend sein wollte den sarkasmus sollte sie besser den experten überlassen jemand muss dieses haus putzen keuchte sie beleidigt verschränkte ich die arme vor der brust ich hatte einen guten teil des gestrigen tages damit verbracht nun ja mehr schlecht als recht zu putzen wie konnte sie es wagen mom schien das ebenfalls nicht zu gefallen ich versichere dir mom das haus ist sauber genug großmutter rose nickte so als ob sie ein kleines kind beschwichtigen wollte und murmelte etwas von weißen handschuhen vor sich hin das ist es mit sicherheit erwiderte sie sanft ich kümmere mich nur noch um ein paar sachen bevor die gäste kommen und wenn ich dann noch zeit habe fange ich schon mal an zu kochen mom ich habe dir doch gesagt dass ich mich um alles gekümmert habe die steaks liegen schon mariniert im kühlschrank henry wird sie und etwas hühnchen später auf den grill legen und alles was ich für die shrimp alfredo brauche ist im gefrierschrank geht nur los sagte großmutter rose und schnürte sich eine schürze um ihr blaues und grünes blumenkleid ich bringe alles in ordnung bevor die familie kommt mom's hände ballten sich an der seite ihres hellbraunen rocks zu fäusten aber tuni fasste sie beruhigend am arm mom schloss die augen holte tief luft und nickte dann wir kommen bald wieder mom sagte sie und petunia zerrte sie in richtung vordertür mom schimpfte die ganze autofahrt vor sich hin es war ziemlich amüsant bis auf das eine mal als sie fast in den entgegenkommenden verkehr kam das war nicht komisch sondern eher zu tode beängstigend als wir bei sydneys brautmoden boutique ankamen warteten dort bereits bridget und cassidy auf uns um ihre brautjungfern kleider anzuprobieren ich verkniff mir die stichelein als ich sie in ihrer natürlichen umgebung beobachtete in einem geschäft es war wie ein löwen zu beobachten der auf der suche nach einer gazelle umherstreifte nur mit etwas mehr chiffon wir murmelten alle rasch ein paar worte der begrüßung bevor eine verkäuferin mitte 50 mit einem stapel quittung im arm heraus kam ah die evans mädchen begrüßte sie uns durch den mund voller nadeln und mit einer rauchigeren stimme als ich es von jemandem mit einer so frechen kurzer frisur erwartet hatte es ist schön sie wiederzusehen es ist auch schön dich wiederzusehen ava erwiderte meine mom und spielte an den knöpfen ihrer roten bluse herum und war heute schon viel los ava seufzte und nahm den bleistift der hinter ihrem ohr steckte die nadeln die sie im mund hatte und das maßband das um ihren hals lag ab und legte alle utensilien auf den tresen also probieren alle die kleider nur ein letztes mal an bevor sie sie mit nach hause nehmen ja bis auf meine andere tochter lilly verkündete mom und nickte ah die trauzeugin verkündete ava als sie mich neben petunia entdeckte endlich bist du auch hier dann beginnen wir bei dir ich bin in einer sekunde wieder da ava machte sich ein paar notizen auf dem zerstreuten papierhaufen auf ihrem chaotischen tisch und verschwand dann im hinterzimmer ich sah mich in dem großen raum um in dem ein paar kleider aussingen und mehr spiegel aufgestellt waren als verkaufsprodukte netter laden kommentierte ich ich mag die atmosphäre hier erklärte mir petunia die meisten läden waren zu versnobbt mein geld ist genauso gut wie das geld von jedem anderen auch ich weiß wirklich nicht warum die so unverschämt sein mussten ich nickte auch wenn petunia eine leidenschaft für marken hegte waren wir beide dazu erzogen worden bei den angeboten zuzuschlagen bei protzigen läden einzukaufen schüchterte mich auch ein ich hab ein gutes gefühl gab ich zurück bevor jemand noch etwas sagen konnte kam ava schon mit einem großen kleidersack zurück in den raum geeilt da haben wir es verkündete sie ich hab mir beinahe den rücken gebrochen als ich es herunterholen wollte aber hier haben wir es sie gab mir den kleidersack in die hand geh einfach den flur runter und in die erste umkleidekabine auf der linken seite ich nickte kam dann ihrer aufforderung nach und ging an der hellen korallroten wand entlang ich öffnete die tür die sie mir beschrieben hatte hängte den kleidersack an den haken der kleinen kabine und öffnete dann den reißverschluss des sacks neugierig holte ich das kleid heraus petunia hatte die kleider der brautjungfang ausgesucht während ich auf hogwarts war aber ich hatte immer bequemerweise vergessen nach dem aussehen der kleider zu fragen ich dachte mir ich wäre besser dran es nicht zu wissen dann würde es mir auch nicht den rest des schuljahres vor rüschen und pailletten grauen alles in allem jedoch war das kleid nicht so schlimm wenn ich das kleid dann meinen körper hielt reichte mir der bauschige tüllrock bis zur mitte der wade der obere teil bestand aus einem satankorsett mit einem v ausschnitt und einer seitlichen schleif an meiner taille ich mochte die form und ich konnte mir gut vorstellen so etwas zu tragen das einzige problem war dass es lavendelfarben war ein rotschopf zu sein hatte einige nachteile ich konnte nicht wütend werden ohne dass irgendein idiot eine dumme bemerkung über feuriges temperament machte ich musste unmengen an sonnencreme auftragen bevor ich überhaupt daran denken konnte im sommer raus zu gehen ich musste jeden tag mascara auftragen um zu vermeiden dass ich aussah als würden mir feuerameisen aus den augenlidern krabbeln als ich klein war konnte ich auch nie eine puppe finden die so aussah wie ich und sie sowie alle anderen mädchen wie einen kleinen zwilling anziehen der dasselbe trug wie ich das schlimmste allerdings war dass ich nur sehr wenige farben nicht mit meinen roten haaren und meinen grünen augen bissen was für ein glück dass mir lavendel wirklich überhaupt nicht stand ich grummelte vor mich hin schlüpfte aus meinen flamotten und ließ das kleid über meinen kopf gleiten ich konnte es leicht über meine hüfte ziehen aber als ich versuchte es zu schließen bewegte sich der verdammte reißverschluss keinen millimeter ich verdrehte meine arme hinter meinem rücken während ich meinen oberkörper an die verschiedensten positionen verrenkte um den reißverschluss hochzuziehen eine ganz ausgeklügelte bewegung führte dazu daß ich das gleichgewicht verlor und auf dem boden landete ich knurrte und kam wieder auf die beine ich stöhnte vor mich hin und versuchte erfolglos das ergebnis eines jahres voll von köstlichem kuchen einzuziehen während ich mich ein letztes mal bemühte das kleid zu schließen frustriert starrte ich mich im spiegel an mit geröteten wangen von den angestrengten bemühungen sah ich aus wie eine schlecht gewordene pflaume ich hielt das kleid vorne hoch und marschierte zurück in den hauptraum ava unterhielt sich angeregt mit petunia während mom ein gespräch mit gabby und jul führte die wohl angekommen waren als ich in der umkleidekabine am kämpfen war mom war die erste die mich bemerkte lilly fragte sie besorgt geht es dir gut wir haben stöhnen aus der umkleidekabine gehört ich nahm meinen tiefen atemzug und rief mir mein vorhaben in erinnerung keine zicke zu sein ich habe ein kleines problem mit meinem kleid verkündete ich so ruhig und vernünftig wie ich konnte ava stand auf und kam zu mir rüber wo liegt das problem meine liebe ich verkniff es mir mich über die farbe zu beschweren nachdem ich einen kurzen blick auf petunias beunruhigte blaue augen geworfen hatte und drehte mich um um ihnen das problem zu zeigen ava seufzte und schnalzte dreimal laut mit der zunge nun das ist wirklich ein problem hast du schon probiert den bauch einzuziehen meine liebe ihre hände umfassten den rückenteil des kleides und sie versuchte die 20 cm breite öffnung gewaltsam zu schließen ich zischte schmerzerfüllt auf als sie mit ihren überraschend kräftigen unterarm versuchte meine rippen zu zerquetschen au oh tut mir leid entschuldigte sie sich eilig und ließ von mir ab ava trat einen schritt zurück und begutachtete das klaffende loch tja ich nehme an dein busen ist einfach zu groß für das kleid ich lächelte und empfand irgendwie etwas stolz ich überprüfe mal die maße die ich bekommen habe ihre ohrringe schwangen mit der bewegung als ava zum empfangstresen eilte und die nase in ihre unterlagen steckte ah da haben wir es ja verkündete sie sie steckte die hand nach einer lila cat eye brille aus und setzte sie auf da haben wir ja das problem die maße sind für einen brustumfang von nur 70 cm ich frage mich wie das nur passieren konnte ich wackelte unruhig auf der stelle herum und versuchte die arme vor der brust zu verschränken bevor der stoff sich verabschiedete fantastisch grummelte ich vor mich hin jemand hatte mich wohl mit einem zwölfjährigen jungen verwechselt das muss wohl mein fehler gewesen sein sagte petunia und gluckste leise auch wenn sie versuchte sich nichts anmerken zu lassen neckisch streckte ich ihr die zunge heraus ava schnappte sich ihr maßband und maß meinen brustumfang neu aus geh dich umziehen meine liebe dann nehme ich die änderungen vor sobald du das kleid ausgezogen hast wir alle seufzten erleichtert auf und ich eilte davon um wieder meine normalen klamotten anzuziehen während ich fort war probierten die anderen brautjungfern ihrer kleider an ich lief in dem raum umher und betrachtete die verschiedenen kleider die aushangen während ich darauf wartete dass die anderen brautjungfangen sich wieder umzogen ein kleid das im schaufenster hing erweckte meine aufmerksamkeit ganz besonders es war voluminös der riesige rock war mit lächerlich großen rüschen bedeckt die den ganzen unteren teil des kleides bedeckten es erinnerte mich an das baiser einer zitronenbaisetorte auch wenn ich diesen anblick normalerweise begrüßte so hatte ich es doch lieber auf meinem teller als an meinem körper ich schüttelte den kopf und schenkte meine aufmerksamkeit einem anderen kleid das schon sehr viel besser aussah bis auf die langen perlen besetzten ärmel ich würde niemals mit so glänzenden ärmeln vor den altar treten wollen allerdings mochte ich den taillenbereich des kleides der aus einem material im kreuzmuster bestand das dem träger eine wespentaille verlieh ich zuckte zusammen als mom hinter mir mit einem kleidersack in der hand auftauchte neugierig fragte sie naja stotterte ich mir war irgendwie langweilig und da dachtest du du könntest ja schon mal damit anfangen kleine für deine hochzeit zu machen fragte mom mit einem durchtriebenen grinsen ich biss mir nervös auf die lippe der gedanke war mir eigentlich noch nicht gekommen aber nun war er definitiv da was für ein kleid sollte ich bei meiner hochzeit tragen mams grinsen wurde sogar noch breiter ich wusste es beglünchwitschte sie sich selbst uns bleibt noch ungefähr eine stunde bevor ava mit den änderungen an deinem kleid fertig ist und du es noch einmal anprobieren kannst warum gehst du nicht in diesen raum dort rechts und siehst dir ein paar kleider an ich kaute auf meiner lippe herum und warf einen blick auf petunia die zufrieden mit gabby auf einem sofa saß bist du dir sicher warum denn nicht wir sind hier und es ist ja nicht so als gäbe es noch etwas anderes zu tun geh schon drängte sie mich und glättete den kleidersack in ihrer hand ich werde das hier anprobieren ich nickte und ging langsam in den raum auf den sie gedeutet hatte aus irgendeinem grund wurden meine hände etwas feucht ich rieb sie heftig an meinem rock und betrat den raum die korallroten wände waren fast komplett verborgen hinter all den nuancen von weiß es gab elfenbeinfarbene kleider cremefarbene kleider weiß-graue kleider und ganz normale weiße kleider in jeder vorstellbaren form einige hatten voluminöse bauschige röcke andere hingegen waren eng anliegend und nüchtern einige hatten tiefe ausschnitte und manche waren etwas bedeckter es gab welche mit flügelärmeln mit langen ärmeln und welche mit gar keinen ärmeln meine augen taten ein bisschen weh von den vielen perlen die mich anfunkelten etwas überwältigt wanderte ich durch den raum und zog immer wieder kleider heraus die meine aufmerksamkeit erweckten ich lachte angesichts der wirklich grotten hässlichen kleider mit gigantischen rüschen und asymmetrischen federmustern wie sie oft von französischen fashionmodels getragen wurden andere wiederum ließen mich darüber nachdenken welche frauen wohl den mut hatten so wenig stoff zu tragen wenn sie vor einem pfarrer standen mir wurde klar dass ich nie besonders viel darüber nachgedacht hatte was für ein hochzeitskleid ich tragen wollte wollte ich ein trägerloses kleid oder eins mit ärmeln was für einen weiß ton bevorzugte ich wollte ich spitze oder seide oder taft oder chiffon was für eine art von rock passt am besten zu meiner figur wollte ich eine schleppe und wenn ja wie lang sollte sie sein würde ich über die schleppe stolpern sollte ich das kleid anheben um nicht über die schleppe zu stolpern mein kopf begann schon weh zu tun von all den nervigen fragen etwas schimmerndes fiel mir ins auge und ich nahm das kleid vom ständer es war ziemlich hübsch das schönste all der kleider die ich bis jetzt gesehen hatte es war trägerlos und elfenbeinfarben mit einem plissierten korsett das in einem kleinen silbernen diamanten endete der zuvor meine aufmerksamkeit erregt hatte der rock war bauschig bestand aus satin und schwebte über dem boden wie das kleid einer elfe ich lächelte während ich es hin und her drehte und das geräusch des schwingenden rockes vernahm es war wirklich wunderschön lächelnd hängte ich das kleid wieder auf ich war schon fast erleichtert so schön das kleid auch war mir war klar geworden dass ich nicht wirklich ein kleid finden wollte für die vorgetäuschte hochzeit die niemals stattfinden würde ich drehte mich um und gratulierte mir selbst dass ich mich gebremst hatte als ich es noch konnte ich nahm an ich war wirklich immun gegen diesen ganzen kleiderquatsch smikalin da war es es hing etwa zehn meter von mir entfernt langsam ging ich hinüber während sich meine augen verliebten es war strahlend weiß aber die farbe wirkte eher sanft als grell es hatte einen ausgestellten rock der aus satin zu bestehen schien und darüber war eine dünne schicht tüll die von glitzernden perlen die ein kleines blumenmuster formten bedeckt war der rock fiel kaskadenförmig auf den boden wo er in tiefen abgerundeten wellen endete auf denen noch mehr perlen aufgebracht waren mir fiel die kleine schleppe auf die nur etwa einen halben meter lang war und aus dem rückenteil des kleides wallte das korsett war recht einfach gehalten es war mit denselben perlen bestückt wie der rock die beiden teile flossen ohne einen störenden saum ineinander am meisten jedoch gefiel mir der obere teil des kleides der filigrane herzausschnitt wurde von zwei ärmeln aus spitze gehalten die ungefähr zwei finger breit waren und nur kurz unterhalb meiner schultern liegen würden wenn ich das kleid tragen würde ich streckte zögerlich die hand aus um mit den fingerspitzen über die perlensteckerei zu fahren mein herz schmerzte in meiner brust es war wirklich ein ganz besonderes kleid ich war nicht der typ mädchen der sich für klamotten besonders begeisterte oder tagträume von hochzeiten hatte aber umso länger ich das schimmernde kleid vor mir betrachtete desto mehr wollte ich es haben lilly ich zuckte zusammen fuhr herum und entdeckte meine mom die ein paar meter hinter mir stand oh mein seufzte sie es ist wunderschön ich starrte wieder auf das kleid es ist perfekt probierst du es an fragte sie was nein mom runzelte aufgrund meines ausbruchs verwirrt die stirn nun warum nicht die mädchen sind schon nach hause gegangen deine schwester probiert gerade ihr kleid an und eva näht immer noch an deinem kleid nichts hält dich auf ich biss mir auf die lippe und stieß ein seufzer aus während ich das kleid anstarrte ich wollte das kleid wirklich anprobieren aber ich wusste irgendetwas schlimmes würde passieren wenn ich es anzog würde ich es nie wieder ausziehen ich denke nicht sagte ich und wandte meine augen ab mom stupste mich an der schulter komm schon drängte sie mich ich will es sehen du kannst es gleich hier anziehen ich werde es niemandem sagen ich kann mich doch nicht mitten im laden nackt ausziehen nun ich hatte gehofft du behältst dein höschen an seufzte sie und lachte dann schlüpf einfach rein es ist sonst niemand da meine entschlossenheit war schon dahin geschwunden als ich es zum ersten mal gesehen hatte nachdem ich mom gebeten hatte ausschau zu halten zog ich mich aus und zog das kleid vorsichtig und extrem langsam über meinen kopf um auch ja keine naht zu beschädigen nachdem ich es angezogen hatte steckte ich die arme durch die spitzenärmel ich hatte recht gehabt sie lagen nur kurz unter meiner schulter könntest du bat ich mom sie verstand was ich wollte kam herüber und knöpfte die reihe winziger weißer perlen auf der rückseite des kleides zu es war etwas zu lang aber abgesehen davon passte es wie angegossen verdammte scheiße oh lilly hauchte mom verzückt es ist wunderschön wirklich fragte ich sie nickte nachdrücklich du musst es dir ansehen sie schnappte sich meine hand und wir betraten beide eifrig den hauptraum behutsam glättete ich den rock den ich ein wenig hatte hochziehen müssen und trat vor den spiegel um mich anzusehen mir stockte der atem ich sah hübsch aus wir müssen es nehmen verkündete mom aufgeregt es ist das perfekte kleid ich riss meine augen von meinem spiegelbild los mom protestierte ich schwach es ist das erste kleid das ich anprobiert habe sie schüttelte den kopf hör auf deine mutter ich kenn mich mit diesen dingen aus du musst es kaufen ich seufzte ich weiß ja noch nicht mal ob ich heiraten werde ob fragte sie und zog an ihrer bluse ich meine verbesserte ich mich schnell ob ich schon so bald heiraten werde du kannst es ja jetzt kaufen und aufheben bis du und james euch dazu entscheidet zu heiraten ich biss mir auf die lippe und fuhr mit den fingern über den perlenbesetzten rock ich denke nicht dass das eine gute idee ist sagte ich schließlich seufzend als ich mich wieder daran erinnerte praktisch zu denken ich werde wahrscheinlich noch eine ganze weile kein hochzeitskleid brauchen eure verlobung kann aber nicht ewig dauern lilly wandte mom ein ich starrte mein spiegelbild an die länge des kleides ließ mich größer wirken würdevoller als sonst zum ersten mal stellte ich mir vor wie ich zum altar schritt wo james auf mich wartete er würde einen dunklen smoking tragen und er würde genau im richtigen moment den kopf drehen um zu sehen wie ich auf ihn zuschritt ich schob meinen unterkiefer nach vorne hochzeitskleider waren für mädchen bestimmt die auch tatsächlich heiraten würden ich zieh wieder meine normalen klamotten an klagte ich und seufzte tief ich war nur ein paar schritte weit gekommen als petunia den raum in ihrem kleid das mit ihren anmutigen schritten in den high heels mitschwang betrat sie sah umwerfend aus das kleid war cremefarben was ihre schönen goldenen haare unterstrich es war trägerlos und hatte eine empire taille der obere teil bestand aus weichem taff deren rüschen über den busen fiel und darunter saß eine schleife aus satin das mehrjungfrauenkleid lag eng an ihren schmalen hüften und verbreiterte sich dann zu einem bauschigen rock mit einer schleppe in dezenter länge die über dem boden schwebte als sie auf uns zulief der gesamte rock war mit edler französischer spitze bedeckt was dem kleid einen antiken touch gab sie sah fabelhaft aus wow hauchte ich als ich sie betrachtete du siehst wunderschön aus petunia lächelte wandte dann ihren blick mir zu und runzelte die stirn sie hielt inne und starrte mich an wobei sie ihren langen hals zur seite neigte petunia musste sichtbar schlucken und schwieg einige momente lang ich konnte sehen dass ihr gesicht um einige nuancen weißer geworden war und bemerkte dass sie sich körperlich zurückhalten musste um nicht wütend zu werden und mir das kleid fetzen für fetzen vom leib zu reißen schließlich krächzte sie du auch mir fiel plötzlich wieder ein dass ich immer noch ein hochzeitskleid trug und ich zuckte heftig zusammen merlin ich hatte einfach das beste verdammte timing wenn es darum ging meine ältere schwester am tag vor ihrer hochzeit nicht auf die palme zu bringen oh rief ich und schaute schnell hilfe suchen zu mom leider war sie zu beschäftigt damit glückselig vor sich hin zu starren das war verdammt noch mal nicht zu glauben okay also mom und ich haben nur darauf gewartet dass du raus kommst und wir dachten einfach ich meine wir hatten noch zeit ich wollte nicht es gefällt mir teilte mir petunia mit es steht dir ich lächelte danke erwiderte ich leise und deutete dann auf ihr kleid du siehst unglaublich aus sagte ich ich weiß erwiderte sie mit einem grinsen während sie rüber kam um sich in dem großen dreiteiligen spiegel zu betrachten den ich gerade noch hineingeblickt hatte ich biss mir auf die lippe also ich geh mich dann mal umziehen ich stolperte zurück in den raum mit den vielen kleidern und knöpfte vorsichtig alle knöpfe auf indem ich ein bisschen hin und her wackelte schlüpfte aus dem kleid und hängte es wieder auf den ständer als ich meine eigenen klamotten wieder an hatte ging ich zurück in den hauptraum ich fühlte mich wie eine komplette idiotin als ich mich noch einmal kurz umdrehte und dem kleid zum abschied winkte ich drehte mich schnell wieder um bevor ich mich noch in eine größere östrogen gesteuerte idiotin verwandelte wir mussten nicht lange warten bis Ava wie versprochen mit meinem geänderten kleid zurück kam aber trotzdem war das warten ziemlich unangenehm petunia bemühte sich merklich den vorfall nicht persönlich zu nehmen und ich verfluchte mich in gedanken dafür dass ich sie in diese situation gebracht hatte ich war miserabel darin nett zu ihr zu sein ich probierte mein lavendelfarbenes brautjungferngkleid an und tröstete mich mit dem gedanken dass ich mich wenigstens nicht über die farbe beschwert hatte das kleid ließ sich schließen nachdem wir uns von Ava verabschiedet hatten und Mom schmerzerfüllt einen ziemlich großen Scheck ausgestellt hatte gingen wir und machten uns mit rücksichtsnahme auf petunia ohne noch ein wort über das kleid zu verlieren auf den weg nach hause Ich Zhao man